Eine Punktlandung aus 1500 Metern legte das Fallschirm-Team Ofino auf dem Gelände im Allgäuer Medienzentrum hin. Mit im Gepäck hatten sie zwei Scheren. Für Markus Brehm, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags und den Redaktionsleiter Ulrich Hagemeier. Um Punkt 10 Uhr eröffneten sie das Zeitungsfest. Dort erwartete die Besucher ein buntes Programm. Wir stellen vor, was wir alles machen, was wir alles können. Die Allgäuer Mediengruppe stellt sich in all ihren Facetten vor. Wir zeigen zum Beispiel, wie Zeitung gemacht wird, wie also Redaktion arbeitet. Wir stellen unsere neue Druckmaschine vor. Es ist eine Weltneuheit und unsere Besucher können das heute zum ersten Mal erleben. Aber auch unsere gesamten Tochterfirmen stellen sich heute vor, zum Beispiel TV Allgäu und natürlich auch unser Radiosender. Eine der Hauptattraktionen war der Betriebsrundgang durch die Allgäuer Zeitung. Die Besucher konnten zuerst erfahren, wie die Zeitung in der Redaktion entsteht und dann beobachten, wie die rund 110.000 Exemplare der Heimatzeitung täglich produziert werden. Ein Höhepunkt war eine Weltneuheit im Zeitungsdruck, die Druckmaschine Color Man E-Line. Zudem war ein Einblick in die Arbeit der Tochterfirmen beim Allgäuer Zeitungsverlag möglich. Die Besucher konnten bei Allgäu-Mail ihre ganz persönlichen Briefmarken gestalten. Gefeiert wurde nicht nur auf dem Gelände des Allgäuer Medienzentrums. Der Tag der offenen Tür erstreckte sich über das ganze Gewerbegebiet Heisinger Straße. Insgesamt wurden rund 25.000 Besucher gezählt. Als wir hierher kamen vor 15 Jahren, hatten wir ungefähr 500 Mitarbeiter. Mittlerweile hat sich die Zahl der Mitarbeiter der Allgäuer Zeitung bzw. unserer Mediengruppe fast verdoppelt. Die Allgäuer Zeitung war der erste, der hier draußen ein Grundstück gekauft hat. Und danach hat es tatsächlich einen Sog gegeben. Mittlerweile sind sehr viele Unternehmen hier im Gewerbegebiet ansässig, sind sehr viele Arbeitsplätze entstanden und es ist eine großartige Entwicklung für dieses Areal. Auch bei dem großen Rahmenprogramm war für jeden was geboten. Bei der Polizei konnte ein Auto bemalt werden. Wer wollte, konnte sogar in einem echten Hubschrauber mit dem Flugsimulator durchstarten. Ja, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir schon gefallen. Also es ist einiges geboten. Was hat Ihnen besonders gefallen? Ja, jetzt waren wir bei der Polizei. Der Kleine hat den Polizeihubschrauber angeschaut. Schauen wir mal, was sonst zu bieten geht. Auf einem riesigen Trampolin demonstrierte der Allgäuer Skiverband das Können der Ski-Freestyler. Mit angeschnallten Skiern üben sie so für den Winter. Ein weiterer Höhepunkt war der Weltrekordversuch der Jugendfeuerwehr. Etwa 200 Jugendliche versuchten gemeinsam den ersten Weltrekord im Löschschlauchflechten aufzustellen. Ja, das sind ein Haufen Teams und die flechten dann halt immer zu dritt so einen Schlauch. Da müssen, glaube ich, 25 Minimum und nicht über 30 Flechtern rein, damit das Wasser halt durchläuft. Über fünf Kilometer Schläuche wurden so verflochten. Das Ergebnis war ein etwa 1,6 Kilometer langer Zopf, der nun ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen werden soll.